Hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 26. Januar 2020. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Oh. Ja. 50 Folgen. 50 Folgen und der vierte Streich im Januar. Wow. Vier Podcasts. Wenn man es ja runterrechnet jetzt auf zwei Jahre, sind wir schon über dem Schnitt von einer Folge pro Monat. Ist doch gut. Mhm. Schon. Ja. Hast du Angst, die Leute werden uns überdrüssig? Nein. Ich habe nur Angst, dass irgendwann halt wieder so eine Kinodurststrecke entsteht und dann gibt es halt wieder weniger. Aber im Moment ist es so, dass wir gar nicht wissen, was wir uns zuerst angucken sollen, was ja auch wieder erfreulich ist. Ja. Da haben wir ja mal wieder Gründe ins Kino zu gehen. Genau. Und diesmal hatten wir welchen Grund? Einen, finde ich, für uns sehr ungewöhnlichen Grund. Aber wir haben gedacht, das gönnen wir uns jetzt. Und zwar ist es jetzt in mehrfacher Hinsicht eine Premiere. Und zwar ist es der erste Bad Boys, den ich im Kino gesehen habe. Und es war auch der erste Film, den wir in diesen, wie nennen sich das? D-Box. In diesen D-Box-Sitzen geschaut haben. Genau. Und es ist noch die 50. Folge, also lauter Premieren. Genau. Und es handelt sich um Bad Boys for Life. For Life, genau. So, wie wir schon letztes Mal angekündigt hatten. Angedroht hatten. Angedroht ist gut. Wir gehen jetzt in Bad Boys. Ich hatte ja meine Bedenken geäußert. Letztes Mal versucht, meinen Bedenken Ausdruck zu verleihen, was meine Erwartungshaltung an diesen Film betrifft. Ob die erfüllt wurden, erfahrt er aber in Kürze. Erst erzählt uns die Donja, wie immer, etwas über den Film, über die Fakten. Leg los. Ich lege los. Und zwar, der Film hat eine FSK-16. Finde ich zu Recht. Oh ja. Der ist nicht zimperlich. Nein, nein. Also hart an der Grenze, finde ich. Ist aber jetzt, glaube ich, schon typisch für Bad Boys. Also ich habe, man muss dazu sagen, wir haben jetzt die ersten beiden nicht unmittelbar geguckt. Nein, gar nicht. Also das ist ja Jahrzehnte her. Der erste war 1995. Also das ist tatsächlich 25 Jahre her. Für die, die sich jetzt richtig alt fühlen wollen. So wie wir. Willkommen in unserer Welt. Willkommen in unserer Welt. Der zweite war 2005. Äh, 2003. Entschuldigung. Acht Jahre später. Beide noch von Michael Bay. Und von Bruckheimer produziert, als er noch gelebt hat. Und die waren auch schon so. Ja. Das ist ein klassischer Actionfilm. Also die Gewalt eines klassischen Actionfilms. Mit Spitzen, mit Gewaltspitzen, die typisch sind für die heutige Zeit, sagen muss man so. Ja. Ja, genau. Laufzeit zwei Stunden und vier Minuten. Er hat eine... Echt, war der so lang? Ja. Krass. Okay, habe ich jetzt nicht so empfunden. Achso. Nein, ich auch nicht. Ja, wobei, also gegen Ende war dann schon so, okay, also wenn jetzt nochmal irgendwie... Irgendwas explodiert, dann reicht es. Irgendwas explodiert, dann reicht es. Das reicht es dann aber auch dann wirklich jetzt. Ja. Das ist... Aber können wir später nochmal drauf eingehen. So, die Bewertung auf IMDb ist, ja, eine solide 7,4. Der Metascore 59 ist natürlich jetzt von den Kritikern... Ja, das ist natürlich jetzt kein Kritiker-Lieblingsfilm. Nein, nein. Also wahrlich nicht. Der Tomatometer, der ist auch ein bisschen gnädiger mit 78 und der Audiencescore mit 97 spricht dann schon Bände, also... Es ist ein Publikumsfilm. Es ist ein Publikumsfilm, ja. Und die Leute wollen halt einen Actionfilm sehen. Ich denke mal, das dürfte jedem ziemlich klar sein, dass Bad Boys for Life jetzt kein Kammerspiel ist. Das wäre aber lustig, wenn sie es mal versuchen würden. Aber dann würden, glaube ich, so viele Leute dann enttäuscht, ihre Popcorn-Tüten gegen Leinwand werfen und sagen, was ist das denn? Ich verstehe das nicht. Ich habe immer schon den Eindruck, dass der Metascore, wir hatten die Diskussion ja schon mal, dass der irgendwie so ein bisschen von meinem Empfinden abweicht, also meistens immer schlechter ist und wir uns ja deswegen eher noch an diesen Tomatometer orientieren, also ich zumindest, und dass der Metascore gefühlt eher so Kritiker-lastig ist. Also dass da irgendwie der Algorithmus offensichtlich mehr so die Kritiker-Stimmen damit einbezieht. Also ich weiß es nicht, wie die das beide errechnen. Es sind ja beides Metacrawler, also es sind ja beides Plattformen, die Kritiken anderer Plattformen aggregieren, also sammeln und werten. Und da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Algorithmen, weil das Problem ist ja, es hat ja nicht jede Seite irgendwie so eine Zehn-Punkte-Wertung oder so. Oder einer hat eine Fünf-Sterne-Wertung, der andere hat nur Darmen hoch, mittel oder runter. Und irgendwie müssen die ja einen Weg finden, da ihren Score rauszurechnen. Wobei ich also mittlerweile, ich meine natürlich, wenn ein Film einen grünen Metascore hat, also das ist jetzt 59, das hat jetzt halt dieses komische Gelb oder Orange, wie man es auch sagen, also weiß ich nicht, was für eine Farbe das ist, Senf, bräunliches Senf, Gelb, egal. Auf jeden Fall, wenn grün ist, ist es natürlich immer safe, aber also ich bin da schon teilweise auch ein bisschen davon abgewichen und ich denke mir dann auch immer so, wenn ich einen Film sehen werde, dann will ich ihn sehen und das ist, ja, da habe ich ja schon so ein paar Gurken rausgesucht. Nee, also ich bin da tatsächlich so mittlerweile so zum Rotten Tomatoes Junkie geworden, das weißt du ja auch. Also ich habe schon ein Grundinteresse daran, einen Film zu sehen, wenn mich die Thematik einfach interessiert oder ich einfach Bock habe. Aber die gegenwerte, allgemeine Meinung ist schon ein bisschen ausschlaggebend dafür, wo und wann ich den sehen will oder ob dann überhaupt, wenn es ganz schlimm läuft. Ja, wenn es ganz schlimm läuft dann. Also wenn ich, wenn irgendwie so ein mittelmäßiger Score ist und sage ich, ja komm, dann sparen wir uns den jetzt aber im Kino oder so. Ja, das, also Kino dann sowieso, aber dann auch zu Hause wird ja auch das eine oder andere dann abgewunken. Aber insofern hat mich ja, hat uns Bad Boys for Life ja schon insofern überrascht, dass wir gesagt haben, ja das ist ein erstaunlich solider Metascore. Also kann man sich den, also sind wir jetzt da nicht reingegangen in die Erwartung, eine Total-Katastrophe zu erleben. Also ich habe auch ehrlich gesagt, die, die Wertung, also ich wusste im Vorfeld, der wurde ganz gut, er hat gute Kritiken bekommen, die Bewertung habe ich mir im Vorfeld jetzt gar nicht so angeschaut. Wir hatten ja mehrmals den Trailer auch gesehen, wo wir im Kino waren und ich fand den Trailer immer super. Also der hat wirklich auch genau auf den Film auch, finde ich, schon so ein bisschen Lust gemacht und war super gemacht, hat auch nicht zu viel erzählt, hat halt so ein paar Highlights, Action-Highlights gezeigt und ja, da wusste man ja eh schon. Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschwurfen. Abgeschwurfen. Schwurft auch nicht immer so. So, ja, die Regie, ja, die kann ich überhaupt nicht. Das ist... Echt auch nicht. Adil El Arbi und Bilal Fala. Genau. Und die zwei, die sind irgendwie so Homies und die machen so die Drehbücher und die spielen dann auch und führen dann auch Regie und produzieren. und die haben zusammen Black, Petzer und Broders gemacht. Kenn ich alles nicht. Ja, genau. Kennen wir alles nicht. Das Lustige ist aber, dass die sich auch als beide Cameo-Auftritte in Bad Boys for Life hatten. Welche schauen wir jetzt aber nicht. Nicht im spoilerfreien Teil. Ja. Ja. Wobei das jetzt wäre jetzt nicht so schlimm. Aber auf jeden Fall haben sie sich selber da mal mit... Reingeschrieben. Reingeschrieben, genau. So, die Musik machte Lorne Balfe, da war ich so ein bisschen kurz... Lorne Balfe. Balfe, genau. Der von Mission Impossible 3. Ja. Also er hat auf jeden Fall Mission Impossible gemacht, den letzten. Mission... Ja, nicht 3, sag ich. 6. Ja, genau, den letzten. Sag ich doch den letzten. Und? Historic Materials. Genau. Und 6 Underground. Ach du Scheiße. Unsere Lieblingskurke. Kann man ja schon sagen, gell? Mhm. Der Gemini-Mann hat auch gemacht. Also, genau. Der ist eher, finde ich, so der Typ fürs Grobe. Ja, echt grob. Also der hat... Der hat immer so eher brachiale Soundtracks. Ist ja okay für, wenn der Film passt. Ich fand auch, dass Historic Materials auch so ein sehr bombastisches Thema hat. Hat's auch, ja. Und bei dem Film war das jetzt... Also gerade der letztere Teil, da waren dann auch immer so Chöre mit dabei. Also es war schon so... Ja, da fährt der halt voll auf. Also, da geht er auf in den Themen. Ja. So, dann kommen wir auch schon zu den Darstellern. Ähm, doch. Ach, Kamera. Ja, hatte ich noch aufgeschrieben. Aber ja, den kannte ich jetzt auch nicht. Das ist der Robrecht Hayward. Und das scheint auch so ein Homie von dem Adil und Bilal zu sein. Und die haben Revenge, Black. Also Black und Panzer haben sie auch zusammen mit ihm gemacht. Petzer. Petzer. Ist das ein C oder ein N? Das ist Petzer. Petzer. P-A-T-S-I-N. Petzer. Petzer. Echt, wieso sage ich Petzer, wenn es Petzer heißt? Deswegen habe ich gefragt. Hm. Nein, da fehlt eigentlich keiner. Du musst echt an meiner Sau klauen. Okay, also Darsteller. Weiß ja jeder, also wer da mitspielt. Also der weltbekannte Will Smith spielt. Der Schmidt-Willi. Der Schmidt-Willi? Ja. Der Schmidt-Willi. Der spielt den Mike oder Michael. Aber er will ja nicht Michael genannt werden. Er heißt nämlich Mike. Genau. Mike Laurie. Ja. Und wer es nicht weiß, wo der Will Smith alles mitspielt. Also so ein paar Highlights. Man in Black, I am Legend, Aladdin, Suicide Squad, Hancock, Hitch. Also es war ja wirklich so, also ich würde mal sagen, dass der Will Smith wirklich der erfolgreichste schwarze Schauspieler aller Zeiten ist. Das weiß ich nicht, aber er war zumindest eine, also in den 90ern so. Omnipräsent. Also Bad Boys war ja im Prinzip der Kickstarter für deren beiden Kinokarrieren. Ja, ja. Also vor allem Martin Lawrence und Will Smith. Ja. Und ab da war Will Smith ja gefühlt omnipräsent. Ja. Und ich würde aber auch sagen, also es ist ein bisschen zurückgegangen. Ja. Aber ich würde trotzdem, also würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Er ist immer noch dabei, aber bei weitem nicht mehr so häufig. Ja. Ich glaube auch ein bisschen dem Alter geschuldet. Ja. Aber die, ich meine, scheint ja den, wir stellen ja immer wieder fest, dass Schwarze offensichtlich ein bisschen anders altern als weiße Menschen. Die, ich weiß nicht, liegt an den Genen wahrscheinlich, aber der sieht immer noch fresh aus. Sie sehen immer noch. Fresh Prince of Bel-Air. Also andere Leute sehen, also weiße sehen in dem Alter meistens älter aus. Also dem Alter entsprechend. Deswegen kauft man denen die Eulen auch noch gut ab. Ja, das stimmt. Aber ich habe das schon wieder unterbrochen. Ich weiß. Der zweite im Bunde. Der zweite im Bunde. Das ist nämlich der Martin Lawrence, wie schon von dir erwähnt. Der spielt den Markus. Und der Martin Lawrence, ja, wie du es auch schon erwähnt hast, der hatte dann natürlich auch so sein, nicht ganz so erfolgreich Will Will Smith. Er hat dann meistens mehr so Comedien so gemacht, so Big Mamas Haus, Eins und Zwei und der Diamantenkorb und nichts zu verlieren. Er war dann halt immer so der kleine Sidekick. Comedy Sidekick. Ja, genau. Das war ja so ein bisschen das. Und bis auf ein paar Hauptrollen. Ja, ich meine, Martin Lawrence ist ja ein Comedian in erster Linie. Ist ja so ein Saturday Night Live Typ. Und der Will Smith war ja schon immer mehr so der Tausendsasser, fand ich. Er hat ja auch Musik gemacht, war auch mal so eine Zeit lang immer wieder mal in den Charts mit Wild Wild West und Getting Jiggy With It und Welcome to Miami und so. Ja, ja, Man in Black. Genau. Und ja, und er hat sich auch an ernsten Rollen versucht erfolgreich. Und der Martin Lawrence ist mir jetzt abseits von diesem Comedy-Gedöns überhaupt gar nicht in Erscheinung getreten, in meiner Wahrnehmung zumindest. Glaube ich auch nicht, nein. Aber er war auch so ein bisschen jetzt in der Versenkung verschwunden, kann das sein? Ja, zumindest für mich. Also zumindest haben wir keine Filme mit ihm gesehen und es kann schon sein, dass es welche gibt. Und es ist doch tatsächlich auch so, fand ich, dass in dem Film, weil sonst war es immer Bad Boys und nur die zwei und die anderen haben sich so, also die meisten Nebendarsteller waren entweder die Bösen oder halt dann sein Chef, also der Käpt'n und dann die, wo man halt irgendwie beim Kaffee holen getroffen hat. So, aber diesmal ist es wirklich so ein Team-Film und deswegen habe ich gedacht, ich schreibe mal die einzelnen nochmal extra auf. Also den Käpt'n? Ja, der Käpt'n, der kommt zum Schluss. Der kommt zum Schluss? Der kommt zum Schluss. Okay. Ja, kann ich nichts dafür, wenn ihm die wehen. Weil da kommt nämlich jetzt als nächstes die Vanessa Hudgens, die spielt die Kelly in dem Film und die Vanessa Hudgens kennt man aus Highschool Musical, Beastly, in Machady Kills hat sie auch mitgespielt. Ich habe mir die ganze Zeit, ich habe die gesehen. Ich dachte auch mal, wer ist das, wer ist das und erst den Abspann. Nee, ich habe ihren Namen gar nicht. Ich dachte nur so, die kenne ich, die kenne ich und ja, fand ich aber ganz, ganz cool. Also man hat ihr die Rolle abgenommen. So, dann der Alexander Ludwig, den kennen ja viele dann von Vikings, der spielt nämlich den Dorn und der hat auch bei Lone Survivor und Tribute von Parlem hat er auch mitgespielt und Midway, aber den Midway haben wir ja nicht gesehen, das ist ja der Emmerich. Ja, den haben wir nicht gesehen, richtig. Genau. So, dann Raid, nee, Rave. Oh mein Gott, Mensch. Deine Schrift. Also Rave, genau. Das ist nämlich der Charles Melton und der Charles Melton, der hat, der kam mir nämlich auch so bekannt, weil ich so, ah, okay, ja und jetzt weiß ich es auch, Riverdale, dann Inge Lee hat er auch mitgespielt, dann in der letzten Staffel von American Horror Story hat er auch mitgespielt, genau. Und eine Hauptrolle in dem Film The Sun is also a Star. Das ist so eine Liebesschnulze. Das sagt mir nichts. Vom Namen her schon, aber gesehen habe ich ihn auch nicht. So, dann haben wir noch die Paola Nunes. Das ist nämlich die taffe Einsatzleiterin mit der hotten Figur. Wie hieß die? Paola Nunes. Nein, die Figur. Ach, die Rita. Rita. Die sah so ein bisschen aus wie die Latino-Version von Matrix, die Carrie Ann Moss. Wie heißt sie in Matrix? Ja. Du weißt, wen ich meine? Findest du? Ja, finde ich schon. So mit den kurzen Haaren und. Ja. Naja, egal. So, die hat mitgespielt bei The Sun und The Purge. Mhm. Ah, und dann haben wir noch die Isabel Aretas. Das ist nämlich die Kate del Castillo. Bruja. Die Bruja. Bruja. Die Bruja. Mhm. Ja, die kam mir vom Sehen aus. Vielleicht hatte ich zufällig mal in meiner CSI-Phase, wobei Miami habe ich nie so gern geschaut. Ich habe, Las Vegas habe ich immer zum Abbrechen geschaut eine Zeit lang. Mhm. Da, wo ich noch nicht wusste, dass Serien auch gut sein können. Wobei, ich glaube, zu der Zeit ging das erst so langsam los, dass Serien gut wurden. Also damals war das ja immer so, ja, diese typischen Sachen, so CSI, Miami, Las Vegas, dann kam ja dann noch New York. Und, keine Ahnung, die ganzen Sachen, wo man halt jede Woche sich reinpfeift. Und die wenigsten Serien haben dann halt immer so einen roten Faden. Manche haben dann halt einfach ihre typischen Storys halt runtergespult. Und das war halt früher die Serienlandschaft. Ja, in den Monster of the Week-Folgen waren das immer. Ja, genau. Oder Fall der Woche. Ja, und die hat das Monster der Woche oder halt der Tote der Woche. Ja. Genau. Ich habe die nie geguckt, CSI. Nie. Doch, also ich fand CSI, Las Vegas war schon toll. Also mit dem. Gary Sinise. Nee. Nein, das war New York. In Miami fand ich immer furchtbar mit dem Rothalgen da. Ja. Der war so, der war überhaupt nicht cool. Der war, boah, egal. Auf jeden Fall bei Miami hat er, hat sie anscheinend mal mitgespielt. Und Manolo und das Buch des Lebens, Under the Same Moon, war sie anscheinend so sehr bekannt durch den Film. Ja, und dann kommt der Captain Harward. Und das wird gespielt von Joe Pantoliano. Habe ich es richtig ausgesprochen? Das ist auch, das ist auch, ich weiß gar nicht, wir haben jetzt die alten zwei Teile nicht nochmal geguckt. Deswegen weiß ich jetzt nicht, außer den dreien, also dem Captain und... Ja, sein Captain. Ja, 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 die haben im ersten mitgespielt, den ersten beiden. Aber ob jetzt die, also Markus' Frau zum Beispiel oder seine Kinder, ob das tatsächlich die Darsteller aus den ersten zwei Teilen waren. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht verflaschiert. Das spielt jetzt, also für mich oder für uns spielte das jetzt auch keine Rolle, weil wir die alten jetzt nicht nochmal geguckt haben. Ja, und fand ich jetzt auch nicht... War jetzt auch nicht wichtig. Nee. Ja. Und den Joe, den kennt man halt aus. Memento, Matrix, Bad Boys 1 und 2, da hat er schon mitgespielt. Und bei The Sopranos. Stimmt, da ist er mir letztes Mal wieder aufgefallen. Genau. Weil wir haben jetzt nämlich brav wieder angefangen, die Sopranos zu schauen. Ja, Sopranos ist bei uns so, naja, ich traue mich es kaum zu sagen, aber so ein bisschen der Lückenbüßer. Weil immer, wenn irgendwie was Neues um die Ecke kommt, so ui, da gucken wir jetzt rein. Und dann bleibt Sopranos wieder eine Zeit lang liegen. Und dann, wenn wieder, ja, was gucken wir jetzt? Ja, können wir Sopranos weitergucken? Irgendwann schaffen wir es. Wir schaffen es. Irgendwann kommen wir mal. Genau. Ja, weil es ist ja die Mutter aller Serien. Also deswegen müssen wir das ja mal fertig schauen. Also du zumindest. Ich zumindest. Genau. So, und dann habe ich noch einen Namen und zwar Armando Arendtas. Das ist nämlich der... Hier kommt eine Katze an. Was willst du? Uns die Aufnahme versauen. Ja, super. Schieb ab, such dir ein Plätzchen, komm. Ja. Oh, schön. So. Also der Armando Arendtas. Mr. Jacob Scipio. Und ja, der ist noch, glaube ich, sehr, sehr... Sehr, sehr jung. Sehr, sehr jung. Und ich habe jetzt zwei Filme, We Die Young, da sagt er mir sogar was, also vom Namen her. Und The Outpost, das sagt mir jetzt nichts. Naja. Ja, und dann bin ich auch schon fertig. Dann bist du auch schon fertig. Ja, ich habe einen Pressetext dabei und dadurch, dass ich der jetzt schon so oft dazwischen gequatscht habe, geht der viel, viel schneller. Und zwar, die Bad Boys My Glory und Markus Barnett sind gemeinsam zurück für einen letzten großen Ritt mit, in der mit Spannung erwarteten Action-Komödie Bad Boys for Life. Da steht echt Ritt? Ja. Ja, das heißt doch, we ride together, we die together auf Englisch. Das ist ja nur auf Deutsch dieses... Wir stehen zusammen, wir fallen zusammen. Okay. Okay. Genau. Wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Jetzt wieder was du weißt. Again what learned. Genau. Ja, wie waren denn so unsere Erwartungshaltungen? Wir haben sie gerade so ein bisschen gestreift schon, dass uns der Trailer ganz gut gefallen hat. Überraschend, ja. Ja, das ist so... Ich glaube, ich weiß gar nicht, an anderer Stelle haben wir schon mal festgestellt, dass es halt irgendwie so voll krasse Revival-Zeit ist irgendwie. Jetzt kommt ja auch Top Gun wieder um die Ecke. Jetzt haben wir hier den dritten Teil von Bad Boys. Ghostbusters wird wieder auferlegt. Jumanji ist wieder auferstanden. Terminator kam wieder ins Kino. Tausendmal. Es ist so, ich weiß nicht, was Hollywood da momentan... Reitet. Reitet. Wieder beim Thema Ritz sind. Aber scheinbar ist das jetzt so ein Trend. Ich bin da jetzt nicht... Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Weil ich finde, das muss man halt gut machen. Ja, Rambo war ja auch ein fünfter Teil. Der muss ja furchtbar gewesen sein. Wenn man das gut macht oder... Und ich kann ja gar nicht mehr sagen, was gut ist. Wieso? Wieso kannst du das nicht sagen? Naja, wie man ein Franchise, das 25 Jahre oder 20 Jahre brach gelegen ist, wieder auferstehen lässt, kann ich dir nicht sagen, was da das Rezept dafür ist, das gut zu machen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass man es respektvoll machen sollte, den Figuren gegenüber. Und nicht versuchen sollte, dem Zeitgeist zu entsprechen, sondern wenn man schon retro macht, dann sollte das auch ein Stück weit da mit einfließen. Und das so ein bisschen... Weil die Leute, die das gucken, weil sie die alten Filme kennen, wollen eigentlich genau das. Die wollen, ich sag jetzt mal, so dieses Gefühl wieder haben, das sie damals hatten. Und der Trailer hat irgendwie für mich schon so den Eindruck erweckt, als würden sie wieder genau in diese Kerbe schlagen, wie halt die alten Bad Boys das schon gemacht haben. Tja. Ja, wobei, also ich weiß, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich beide Filme gesehen habe. Aber ich kann mich also grob an nichts erinnern. Also klar, die sind halt... Aber es ist jetzt auch nicht so, dass mir das irgendwie gefehlt hat bei den Filmen. Also, weil, ich meine, das ist eh immer dasselbe Rezept. Zwei Polizisten müssen zusammen irgendeinen... Meistens in der Ecke sind es eh immer irgendwelche Kartelle, irgendwelche Drogenkartelle oder... Ja. Weil das einfach dem Gebiet geschuldet ist, in der Nähe zu Südamerika. Und ja, aber das hat jetzt auch nicht gefehlt. Und ja, ich finde schon, also das, so wie du sagst, mit dem Respekt und so, das haben... Ich finde das, wie man es machen soll, haben sie auch genau richtig gemacht. Ja. Und der Trailer hat das auch schon vermittelt. Also, man wäre jetzt natürlich mit Bad Boys überhaupt nichts anfangen kann. Also, auch mit den Alten. Das lässt sich schon mit Sicherheit sagen. Also, es ist das alte Rezept, ja. Zum Guten und zum Schlechten. Also, wenn man keinen Bezug zu Bad Boys hat und sagt, das ist die größte Grütze überhaupt, der muss auch vom jetzt dritten Teil fernbleiben. Ja. Weil er im Grunde genau das geboten kriegt. Es ist jetzt kein, dankenswerterweise kein warmer Aufguss geworden. Das ist es nicht. Aber es ist das gleiche Rezept. Und entweder man mag das oder man mag das nicht. Und wir mochten es. Wir mochten es, ja. Ja. Also, ich hätte schon Spaß. Ja. Wollen wir denn eigentlich, bevor wir jetzt so über den Film sprechen, unser D-Box-Erlebnis schildern? Ja. Also, für alle da draußen, die nicht wissen, wo es eine D-Box ist, das ist so ein, ja, sie nennen es so ein Motion Seat. Ja, das ist im Prinzip, ist das ein Sitz, ein Kinosessel, der sich halt so ein bisschen bewegt und vibriert. Genau. Und da kann man auch die Intensität selber einstellen. Wobei, ich habe das jetzt nicht gemacht. Ich habe es mal ausprobiert. Und? Ja. Ist halt weniger intensiv oder mehr intensiv. Okay. Und die sind halt in der Regel noch ein ganzes Stück teurer als reguläre Kinositze. Aber ordentlich, das ist schon. Und irgendwie, weiß ich nicht, mein Argument war ja irgendwie so, naja, wenn jetzt der Film scheiße wird, dann sind wir wenigstens anständig durchgeschüttelt worden. Dann lass uns doch mal diese D-Box-Sitze versuchen. Ja, genau. Ja. Ja, du warst ja nicht so begeistert. Also, ich hatte schon meinen Spaß. Also, natürlich gibt es auch Momente in den Filmen, wo dann halt mit dem Sitz gar nichts passiert, was ich aber, also ich fand das auch mal angenehm, dass du auch mal durchschnaufen konntest. Weil, wenn du permanent halt in irgendeine Richtung gewackelt wirst oder vibriert wirst, ist es dann auch gut, wenn der Film dann einfach mal, der Sitz es einfach auch mal gut sein lässt. Und natürlich dann auch so Schusswechsel, da hat er dann auch mal versucht, irgendwie, glaube ich, den Hauptschusswechsel mit zu synchronisieren. Und der Schusswechsel, wo weit, quasi ein bisschen weiter weg ist, den dann halt nicht und so. Aber es war schon, also am coolsten fand ich es wirklich, wenn man in einem Auto, also wenn eine Verfolgungsjagd war. Also, das hat mir immer am besten gefallen. Und irgendwie währenddessen hatte ich dann immer so gedacht, so, ich glaube, bei Maverick wäre es eigentlich auch ganz cool, das in so einem Sitz zu gucken. Also, ich bin zwiegesprochen. Vor allem, weil der Sitz ja auch immer sich nach vorne, also so ein bisschen nach hinten neigt. Ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten. Ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten, je nachdem, wie die Kamera dann auch geht. Es muss sich jetzt keiner festschnallen in dem Ding. Nein, das nicht. Man muss auch nicht Angst haben, dass einem das Popcorn um die Ohren fliegt. Man hat auch immer noch beide Füße auf dem unbewegten Boden. Irgendwie hatte ich da, irgendwie hatte ich, habe ich mich gewundert, ich hatte irgendwie nach Fußstützen geguckt. Ich dachte, man sitzt da, also auch die Füße wären dann quasi beweglich, aber so ist es nicht. Ja, am Anfang ist es natürlich erstmal so, haha, und es ist so, 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 erstmal so der Überraschungseffekt. Und man wird halt sauber durchgeschüttet, schon im, da gibt es ja so einen kurzen Trailer am Anfang. Ja, genau. Aber ich muss sagen, so im Laufe des Films hat es mich dann immer mehr gestört, weil ich mir dachte, das ist ja, im Grunde ist es so, wer von euch eine Playstation oder eine Xbox zu Hause hat, ist so wie dieser Rumble Pack im Controller. Der soll ja auch simulieren, dass irgendwie, also das am Bildschirm, was am Bildschirm passiert, auf die Hände übertragen. Und genauso immersiv ist dieser Sitz nämlich gar nicht. Also du vibrierst zwar, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, in dem Auto zu sitzen. Nein, das ist auch nicht, aber es war halt cool. Ja, ich fand es tatsächlich noch am coolsten, wenn sich der Sitz nur leicht mitbewegt hat bei Kamerafahren. Also da hat es mir immer noch am besten gefallen. Das war so eine ganz, ganz dezente Bewegung, wenn die Kamera von oben, also nach oben schwenkt oder nach links oder so. Oder mal übers Wasser und das fand ich eigentlich cool und dieses Dauer-Vibriere dann, wenn halt irgendwie eine Schießerei ist oder so. Es ist halt eine Schießerei, bei der ständig der Arsch vibriert. Ja. Also ich muss das jetzt vor allem für das Geld, weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nochmal kenne. Ich glaube, ich würde es mir jetzt auch nicht nochmal kaufen, weil das ist schon teuer. Und dafür ist es jetzt nicht die Offenbarung. Nee, ist es nicht. Es ist halt ein Gag. Es ist vor allem halt, wenn du halt dann so in den Saal reinkommst und dann sind diese Sitze, werden halt dann von oben extra so angeleuchtet und hab's halt so auf dem Präsentiertäler. Volle Krane. Und so, als ob du was Besseres wärst und das fand ich schon so. Schaut mich nicht an. Ja, so in so einem gleißendem Scheinwerferlicht. Ja, genau. Uh, die haben sich D-Vox jetzt hier geleistet. Ja, genau so. Aber die Reihe war voll, gell? Also der Saal war prinzipiell auch voll. Also das war, genau. Ja, und also für mich ist es halt jetzt, ist es ein netter Gag, den ich halt mal mitgemacht habe. Und ich finde, dass der Film dazu gepasst hat, da, also war jetzt genau der richtige Film, das mal auszuprobieren, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und der hat jetzt nichts kaputt gemacht, der Sitz hat mich jetzt aber auch nicht in ein vollkommen immersives Filmerlebnis reingesaugt, das ist auch nicht gemacht. Aber das, wie es dir dann am Ende gegangen ist, dass es dir dann zu viel wurde? Das, die Befürchtung hatte ich und das hat sich jetzt gar nicht bewahrheitet. Also ich habe, ich habe eigentlich auch so gedacht, dass es mir irgendwann mal ab der Mitte dann so richtig auf den Sack geht und dass ich dann halt echt die, am liebsten das Ding ausstellen würde. Aber ich fand das cool. Wow. 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 Ja, und wie hat uns denn der Film gefallen? Ich fand den super, also ich hatte mordsmäßig Spaß. Ja, wir haben relativ, es kamen relativ früh schon einfach ein paar Gags im Film. Gut waren und dann hast du richtig, bist du im Film, das ist halt die Schöne. Also wir unterbrechen uns heute ganz schön oft, gell? Ja, ne, passt schon. Okay. Aber dann bist du halt gleich mal so, die halt schon mal die Stimmung setzen. Ja, genau. Und dann merkst du, ah, alles klar, die nehmen sich nicht ernst. Dieses Gekabbel zwischen den beiden, das funktioniert immer noch. Dann denkst du erst mal, boah, ist der Martin Lawrence fett geworden. Und boah, sieht der Will Smith immer noch gut aus. Fett würde ich nicht sagen, aber er sieht halt aus wie so ein Kampfhamster. Ja, aber sie haben, finde ich, und das ist, glaube ich, eines der größten, einer der größten Pluspunkte, die ich auf meiner Liste habe. Sie haben, sie sind sehr würdevoll und zum Teil auch überraschend emotional mit diesem Thema Altwerden und Ruhestand umgegangen. Und das haben sie schön in diese Serie da eingebaut. Mhm, genau. Es ist jetzt… Es soll ja ein Vierter kommen, gell? Ja, das deuten sie schon so an. Und da bin ich halt, da bin ich jetzt noch skeptischer und denke mir, okay, das wäre das, das ist doch jetzt so ein schöner… Wäre eigentlich ein schöner Abschluss. Ein schöner Abschluss. Aber was ich sagen wollte, ist halt, man darf jetzt von Bad Boys natürlich keine hochtrabende, vollkommen überraschende Mitwendungen und, was weiß ich, what the fuck Momenten gespickte Handlung erwarten. Nein, gar nicht. Das ist immer noch ein relativ geradliniger Actionfilm, wo man halt gerade mal so noch nachvollziehen kann, wie die Protagonisten von A nach B kommen. Das war aber auch ein paar Mal, da dachte ich auch so, hm, ich weiß nicht, da ist jetzt kurz mal so Logikschleife drin. Ähm, aber es ist immer, es tut nicht weh. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also es ist jetzt halt, also auch die Action entbehrt natürlich wieder jeglicher Physik, aber das ist egal, weil es extrem unterhaltsam ist. Ja. Und wenn man mit dieser Erwartungshaltung da reingeht und sagt, ich habe jetzt einfach Bock auf, haben wir ja, wir haben hin und wieder einfach mal Bock auf Krawall. Und das muss auch mal sein, ja, wir stehen auf anspruchsvolle Filme, die ans Herz gehen, Dramen, alles gut, aber ab und zu haben wir einfach mal Bock auf Krawall. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns dann freiwillig mal so ein Ding wie Six Underground geben wollen, ja. Wollten. Wollten. Wollten, weil manchmal Krawall einfach gut ist, wenn Krawall sich nicht ernst nimmt und Krawall die Zuschauer, also die Zuschauer nicht beleidigt. Was ja immer dann passiert, wenn sie sich zu ernst nehmen, weil dann möchte ich so, ihr wollt mir das jetzt allen Ernstes verkaufen. Und Bad Boys ist halt so ein ganz angenehm, leichtes, seichtes Vergnügen, wo sich halt einfach nicht so blöd ist, manche Gags zu bringen in Situationen, wo du dir denkst, warum, aber es ist einfach, ja, es bringt so eine Leichtigkeit da rein, wo du überhaupt kein schlechtes Gewissen hast, da zu lachen und Spaß zu haben. Ja, genau, also da ist, erstens mal ist da null Schlüpfrigkeit drin, also das muss man auch mal schaffen, dass da auch Sex irgendwie null ein Thema ist. Das ist so. Auch kein Sexismus? Überhaupt nicht, also da ist zwar, Gewalt ist zwar mit drin, aber es hat nichts mit Sex oder mit Sexismus zu tun, überhaupt nicht. Es gibt Frauenfiguren, die zwar jetzt nicht die Hauptrollen haben, aber starke Frauenfiguren im Film. Ja, fand ich auch gut. Das ist die Vanessa Hudgens, die du schon genannt hast und die Rita. Die Paula Nunes. Genau, also das sind starke Frauenfiguren, die auch schon mal sagen, wo es lang geht. Also das ist jetzt für einen, wie soll ich sagen, in den 90ern geborenen Action, geborenes Action-Franchise, das war schon angenehm. Ja, fand ich auch. Und vor allem halt, ja, deswegen den Gags nochmal, weil erstens mal A, nicht schlüpfrig und zweitens, da ist null, ich hab jetzt auch nicht irgendwie gedacht so, oh, da muss ich mich jetzt aber fremd schämen oder so oder oh, das war jetzt aber peinlich oder so. Also auch gar nicht, überhaupt nicht. Und du hast das eh schon gestern Abend dann auch gesagt, der Film kommt schon sehr, ja. Altmodisch. Altmodisch. Nicht altbacken, aber altmodisch daher. Also er ist schon in dem Stile der 90er Jahre. Also er ist schon schnell. Die Schnitte sind auch schnell, aber jetzt nicht so, wo du denkst, oh, jetzt hab ich schon wieder den Überblick verloren. Das fand ich jetzt zum Beispiel bei Six Underground. Das ist einfach, das ist jetzt das beste Beispiel. Das ist Action, Bad Boys for Life ist Action, die funktioniert. Die Spaß macht und es tut mir leid, ich muss wieder auf diese saudumme Gurke zu sprechen kommen, weil es mich einfach so unendlich ankäst. Und vor allem, dass dieser Film so unendlich erfolgreich auf Netflix ist, deswegen kotzt mich es nochmal umso mehr an. Aber so, das ist Action, wie es für mich nicht funktioniert. Da sind Logikfehler drin, da sind Zeitsprünge drin, da ist alles zu schnell. Staccato-Schnitt. Ja, das ist alles zu schnell und zu, das würdigt auch den Actionfilm nicht. Und das ist, ja, ich finde Michael Bay, da braucht er sich jetzt, finde ich nicht auf die Schulter, das ist Bad Boys for Life oder Bad Boys prinzipiell, die guten alten Actionfilme. Das ist, man muss es, es muss ja nicht altbacken sein, es kann ja altmodisch sein. Und es war ja nicht langweilig, deswegen. Ich meine, man kann ja von Michael Bay's Filmen halten, was man will, aber er versteht Action und zwar inszeniert. Punkt. Also egal, was dabei rumkommt, aber die Action ist gut inszeniert. Die Story ist halt meistens das Problem. Und du sagtest, dass er ist herrlich, also ich finde, er ist herrlich altmodisch. Das ist das Gefühl, die Action wirkt, und da kommt mit Sicherheit CGI zum Einsatz, aber sie wirkt altmodisch, sie wirkt handwerklich gemacht. Es sind solide inszenierte Action-Szenen, nichts, was man nicht vorher schon gesehen hat. Und man hat auch wieder so ein, zwei Michael Bay-Gedächtniskamera-Fahrten drin, so diese typischen Bad Boys-Perspektiven. Ja, ist so geil. Von unten und so rund um die, die so ein Halbkreis fährt. Also eins zu eins dieser, ich sag schon fast, dieser Michael Bay-Signature-Move, hat man auch bei The Rock gehabt. Also das sind so ganz typische Einstellungen. Also da verneigen sie sich, die beiden Regisseure halt vor Michael Bay. Also wenn mir jetzt keiner gesagt hätte, dass das nicht mehr Michael Bay gemacht hat, dann hätte ich geglaubt, dass das von Michael Bay ist. Genau. Also die haben jetzt keine eigene, großartig eigenständige Handschrift da reingebracht, aber sie haben sich filmisch verneigt vor Michael Bay. Und das ist richtig gut. Also ich glaube, dass die halt einfach so ein Wochenende sich vielleicht einfach mal alle Actionfilme der 90er Jahre durchgepfiffen haben. Alles Michael Bay. Michael Bays Gesamtwerk. Genau. Und schön mit einer Shisha und einer Menge Popcorn. Und das haben sie sich dann reingepfiffen. Und ja, so könnte ich mir das vorstellen. Und da haben sie es gelernt. Und deswegen vielleicht ist es vielleicht ganz gut, dass Michael Bay den selber nicht gemacht hat. Sonst wäre es wie Six Anagorn geworden. Ich weiß es nicht. Also das hängt ja immer vom Drehbuch ab. Aber es ist so, dass die, also was jetzt jenseits der solide und herrlich altmodisch gemachten Actionfilm ja auszeichnet, ist, dass es halt, dass die Figuren sich einfach so, also auch eine Entwicklung durchmachen. Und natürlich jetzt, also bitte, wir sprechen immer noch von einem altmodischen Actionfilm ja und von einem Michael Bay-igen Film ja. Aber trotzdem war ich überrascht, wie emotional das stellenweise wurde. Auch zwischen eben Will Smith und Martin Lawrence, die ja schon sich irgendwie 20 Jahre, 25 Jahre befreundet sind, also die Figuren. Und man merkt, dass die passen einfach wie Arsch auf Eimer zusammen. Die Chemie zwischen den beiden, die ist einfach da von der ersten Sekunde an. Diese Dialoge, die die beiden sich da um die Ohren schmeißen, sind einfach zum Brüllen komisch. Ja, das ist echt lustig. Und obwohl die beiden sind ja einfach gegensätzlicher, könnte man ja gar nicht sein. Martin Lawrence ist ja eher so der Familienmensch. Mike Laurie ist, der Will Smith ist ja eher so der Sunny Boy, der ewige Sunny Boy, der sich anzieht wie ein Drogendealer. Und die sind ja eigentlich total, total unterschiedlich. Aber das macht die Chemie zwischen den beiden aus. Und trotzdem verstehen sie sich und trotzdem halten sie sich halt den Rücken frei. Vor allem der Martin Lawrence, also der Markus, der wird ja dann O-Papa. O-Papa, gleich zu ziemlich am Anfang. Und das prägt natürlich jetzt so seine Version oder seine Vision von seiner Zukunft, die er jetzt noch so... Aber das ist eigentlich ganz clever, wie sie das gemacht haben mit dem Baby, weil das halt immer so das Vehikel ist und die Erklärung für manche seiner Reaktionen dann einfach auch... Ja, ist ja auch logisch. Ich meine, offensichtlich hat ihn ja die Geburt seiner eigenen Kinder jetzt nicht dazu bewogen, eine andere Karriere einzuschlagen. Ach, als Opa dann schon. Aber als Opa dann halt schon. Ja, das stimmt. Ja, sie bauen halt dieses Thema Altwerden, Ruhestand ein. Da passt dann auch wieder so ein bisschen, finde ich, die Leibesfülle von Martin Lawrence. Ich habe übrigens auch mal wieder ein paar so Premierenfotos gesehen von dem Cast und da war der rank und schlank. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob er sich das... Extra? Ob er sich das... Angemampft hat? Angemampft hat oder ich weiß es nicht. Jedenfalls wirkt er auf den Fotos jetzt von diesen Premieren einfach deutlich schlanker. Das stimmt, das stimmt. Das habe ich nämlich auch gesehen, ja. Da hat er nicht solche Hamsterpacken. Ja, aber das... Weil im ersten Trailer, als ich es gesehen habe, boah, der ist aber ganz schön mopsig geworden. Aber ich glaube, die haben das... Das passt. Also wenn sie es jetzt nicht mit Absicht gemacht haben, was ich jetzt fast schon unterstellen würde, dann ist es zumindest sehr, sehr passend und sie bauen das auch wirklich sehr gut. Sie spielen damit und sie bauen das gut in die Rolle ein. Ja, ich finde es auch nachvollziehbar, weil ich meine, gerade wenn du halt vor allem als Polizist und ich meine, die haben ja schon ein paar ordentliche Einsätze. Und auch hinter sich. Und ich meine, wenn du eh dann kurz vorm Ruhestand bist, dann willst du den ja natürlich auch erleben und am besten auch gesund und am besten halt lebendig. Ja. Und deswegen kann ich seine Beweggründe schon verstehen. Ja, würde ich sagen, kommen wir zu einem Fazit vom Spoiler-Teil. Ja. Was ist dein Fazit? Ja, also wenn ihr auf Actionfilme steht, schaut ihr ihn auf jeden Fall an. Also ich finde, das ist eindeutig eine Kinokarte wert. Ja, also das ist auch so ein, das ist Krawall, Kino vom Feinsten. Ja, weil, nicht nur, weil ich finde, er ist halt eine Actionkomödie. Ja. Und das im besten Sinne. Ja, so ein typisch Oldschool-Buddy-Movie. Der macht, der ist so lustig. Also ich habe, ich glaube, die erste Minute habe ich schon lachen müssen und das geht dann in einem durch und die Action ist gut gemacht und man zuckt auch ein paar Mal zusammen, weil wenn dann irgendwie mal geschossen wird, dann hast du auch immer so das Gefühl so, ich weiß nicht, ob das auch in den Sitz lag, aber so als ob man dann auch mal in Deckung gehen müsste. Also saugut. Also ich war richtig angenehm überrascht. Also ich wusste schon, was mich erwartet, aber dass er dann doch so viel Spaß macht, hat mich schon angenehm überrascht. Also das ist, ich finde, mein Fazit des Bad Boys for Life ist 90er Jahre Actionkino at its best. Und wenn man ein Faible für diese, für Filme dieser Art hat, dann kann man bedenkenlos in diesen Film gehen und wird seinen Spaß damit haben. Ich habe es eh schon eingangs gesagt, wer Bad Boys 1995 mag, wird Bad Boys for Life 2020 mögen. Und das ist ein riesen Kompliment und auch ein riesen Verdienst der Macher, die das eben geschafft haben, einen respektvollen Nachfolger zu inszenieren, der nicht wirkt wie ein warmer Aufguss oder billige Geldmacher, sondern der einfach respektvoll mit diesen Figuren umgeht. Und respektvoll mit dem Stoff. Und da bin ich, deswegen bin ich halt umso mehr skeptisch, wenn sich da jetzt irgendwie eine, eine Fortsetzung noch abzeichnen sollte. Ja, vor allem mit Michael Bay dann halt, wo du selber dann auch Regie führst. Aber den könnt ihr gucken. Und also wenn ihr, wie gesagt, die, die Erwartungshaltung ist 90er Jahre Action, Buddy, Komödie und da kriegt ihr genau das, was ihr haben wollt. Ja, absolut. Dann kommen wir zum Spoiler-Alarm, würde ich sagen, oder? Du hast kurz so gezögert. Hast du überlegt, was wir jetzt noch erzählen können, was im Spoiler-Teil, was wir da noch erzählen können? Genau, sondern vielleicht wirst du ja doch noch irgendwas einwerfen. Ich weiß gar nicht. Also da gibt es jetzt gar nicht so viel zum... Ja, ich glaube, im Spoiler-Teil dürfen wir uns ja über unsere Lieblingsszenen unterhalten, umgezwungen. Eins möchte ich erwähnen, weil das war jetzt nichts für einen Spoiler-freien Teil, aber es gibt einen Cameo-Auftritt, den ich sofort erkannt und du dann in der Recherche bestätigt hast. Das war ja der Michael Bay, der ja auf der Hochzeit von Markus' Tochter quasi, ich weiß nicht, was er da darstellen soll, aber da halt mal so kurze Ansprache hält. Hochzeits-MC heißt seine Rolle. Ach, sein MC. Und das fand ich witzig, dass der da so ein Gast ist. Ich meine, er ist ja auch Executive Producer, insofern ist er jetzt nicht einfach irgendwie von der Straße weggecastet worden, sondern der ist ja schon beteiligt gewesen. Ja, und ansonsten... Ja, zwei Sachen, also falls jemand sich fragt, die beiden Regisseure, wann die auftauchen, und zwar gibt es zwei Szenen. Der eine taucht auf in einer Verfolgungsjagd, da wird er nämlich von Will Smith aus dem Jeep geschmissen. Ich brauche das Auto, ich brauche das Auto, und dann schmeißt er ihn raus. Und der andere Regisseur lässt sich, ist in dem Club und macht Bagger die Rita an. Genau, den sieht man aber hauptsächlich auch nur von hinten, genau. Und ja, meine Lieblings-Action-Sequenz, wo ich eigentlich schon gedacht habe, also ab da hätte mir das eigentlich schon gereicht, dass der Film dann auch aufhört. Ja. Das war die Verfolgungsjagden mit dem Motorrad und dem Beifahrer-Ding. Die war nämlich sehr gut und sehr witzig auch wieder. Ja. Und auch mit dem Helikopter und man sich auch... Das sind dann halt wieder so Witze, wo ich denke, so ja, das ist geil und das ist das, wo sie sich dann nicht so ernst nehmen, weil... Die dann halt auch immer, ich glaube, der Markus sagt das dann irgendwann gegen Ende so, wieso haben die so viele Helikopter, weil andauernd der Bösewicht mit dem Helikopter auftaucht und... Ich hau da auch so, ich meine, es ist ja auch absurd, dass im Beifahrerwagen eines Motorrads da so eine Maschinenpistole da plötzlich rausklappt, aber sie nehmen es halt selber nicht ernst. Ja. Ja, da hast recht, das ist eine klasse Szene, die ist auch gut inszeniert und beim obligatorischen Showdown war es mir dann ein bisschen too much. Also, ja, da habe ich auch gedacht, also jetzt ist es dann gut. Also, wenn jetzt noch irgendwas einstürzt oder explodiert, dann ist gut, aber kracht halt dieser Helikopter da rein und dann ist alles in Flammen und bricht hier wieder was. Und jeder, dann stürzt da halt, die Bruja stürzt dann halt da in den Flammen und dann ist der, der Markus hängt dann noch über den Klippen und dann muss der Maik ihn dann rausziehen und dann, man erfährt ja auch im Vorfeld, dass nämlich der Maik, war nämlich ein Spitzel im Drogenkartell und zwar in dem Aretas-Kartell und er soll ja was mit der Isabel Aretas, also mit der Bruja, was gehabt haben und ihm fällt es dann irgendwann mal wie Schuppen vor den Augen, dass er nämlich Papa ist. Und auch noch Papa von dem, der ihm das noch nach dem Leben traut. Genau, der, wo ihm die ganze Zeit versucht, den Arsch aufzureißen und ja. Und deswegen, auch der Satz mit dem, ach, deswegen ziehst du dich an wie ein Drogendealer. Weil er so gut eingeschleust war, dass es keiner gemerkt hat, weil er ist ja frisch von der Polizeiakademie, sei er da, eingeschleust worden. Genau und ja, das kann man jetzt auch, ich, man hatte, also wie gesagt, wir haben ja die ersten zwei nicht gesehen, ob das jetzt für die Hardcore-Kenner von Bad Boys jetzt irgendwie. Das hat noch nie eine Rolle gespielt. Ja, ich glaube, man hat ja nie die Vergangenheit wirklich so beleuchtet. Man hat halt gewusst, die Figuren sind halt so, der eine ist halt, wie du schon sagst, so mehr der Gigolo und der andere ist halt der Familienmensch und genau. Ja, das ist so ein bisschen wie, es ist schon ein bisschen so wie die, die, die schwarze Version von Lethal Weapon. Ja. Also, ich meine gut, Lethal Weapon hast du auch einen schwarzen dabei, aber du hast ja auch den, den Martin Riggs, der, der ja draufgängerisch ist und der andere halt der Familienmensch, der Mörter, Sergeant Mörter. Ja, ich habe ja vor dem Spoiler-Alarm gesagt, dass die, dass weitestgehend überraschungsfrei ist. Ich meine, das mit dem Sohn sollte zwar, ist zwar eine Überraschung, aber trifft dich jetzt auch nicht so megamäßig, dass du sagst, boah, what the fuck, sondern es wird so, ja, mei, dann ist doch jetzt dein Sohn. Ja, genau. Und, aber so, was mich tatsächlich überrascht hat, ist, dass, dass, dass der Michael Laurie ja ziemlich am Anfang schon übel angeschossen wird. Und da hast du mich ja noch gefragt, ist das jetzt ein Traum? Ja, ohne Scheiß, wirklich, wirklich, weil in jedem anderen Film, stimmt, jetzt habe ich dich echt gefragt, weil das kam so. Überraschend einfach. Ja, total überraschend und es gibt halt in so vielen Serien oder in so vielen Filmen. Wacht dann einer auf, schweißgebadet. Genau, es gibt halt dann immer so Traumsequenzen, die so real rüberkommen, dass du halt erst später dann irgendwann erfährst, dass es eine Traumsequenz ist und das ging jetzt einfach so zack, zack, als der da so angeschossen wurde. Und dann halt auch so schwer und, ja, der Markus hat ja dann auch geschworen oder zu Gott geschworen, dass er ja von der Gewalt sich fernhält und nur, dass er ihn dann am Leben erhält. Und, ja, das hat natürlich auch nicht lang gehalten und, naja, deswegen, sie wollen ja, anstatt Bad Boys, wollen sie Good Boys sein und Good Boys, Good Boys, so much you can't do. Ja, aber das ist das Schöne, weil sie halt, weil der Film halt auch mit ihrem Image spielt und dann hast du ja auch diesen cholerischen Käpt'n wieder dabei, der auch wieder mal irgendwie so eine Tirade loslassen darf, wie tiefer in der Scheiße steckt und so. Das war ja auch in den ersten beiden, wobei er halt schon ein bisschen milder geworden ist und jetzt ein bisschen auch die Vaterrolle einnimmt. Ja, das, das fand ich dann, das hat mich schon getroffen, wo der dann erschossen wird. Ja, hat mir jetzt auch kein Tränchen in die Augen gedrückt, aber es war schon überraschend auch. Nein, Tränchen nicht, aber das war so, oh fuck. Ja, ja, das, also für Tränchen bist du nicht zu emotional an die Person gebunden. Nein. Das schaffen die Filme einfach nicht. Aber trotzdem fand ich ihn erstaunlich, also so, dass man, man kümmert sich halt um die Leute. Also das ist halt, also das ist halt, ja, wie sagt man so, sagt man gern Fall, man schafft halt eine Fallhöhe. Also man baut halt eine Figur so auf, dass es dich kümmert, wenn sie halt fällt, also wenn sie halt verletzt wird oder wenn sie stirbt. Und gerade bei Actionfilmen hast du das halt sehr oft, dass es dir vollkommen egal ist. Und das schaffen die schon. Also das ist halt, dass du schon so ein bisschen mitfieberst. Ja, das stimmt. Und das ist halt, ja, das schaffst du vielleicht jetzt auch nicht innerhalb eines Filmes, aber es ist ja immerhin schon der dritte. Ja, da haben sie echt gut hinbekommen. Nee, vor allem der Moment fand ich halt, gerade wo der Käpt'n dann erschossen worden ist, das fand ich schon, weil vorher war er noch auf dem Spiel von seiner Tochter, das war ich glaube Basketball. Und dann hat er ihm noch irgendwie mit einer buddhistischen Gleichung versucht zu erklären, was er doch falsch in seinem Leben macht mit dem Pferd. Auch hier wieder der Ritt. Und ja, und dann kommt dann... Wie aus dem Nichts, ja. Wie aus dem Nichts und da hat man nicht damit gerechnet. Ich habe auch gar nicht, weil im Vorfeld werden ja quasi die Opfer so eingeblendet von seiner Abschlussliste. Aber da war er da dabei, weil ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern. Ich weiß es nicht mehr. Okay, deswegen kam das auch so überraschend für mich, dass er jetzt da auch erschossen wird. Ja, also die Handlung als solches ist ja trotzdem immer noch sehr, sehr geradlinig. Immer noch so, zack, dann passiert das, dann passiert das, dann passiert das. Also es dürfte jetzt keiner überfordert werden mit den Handlungssträngen, sondern es ist sehr, sehr straightforward, sehr geradlinig. Aber halt nicht zu sprunghaft, das ist ja auch immer so eine Gefahr und immer nachvollziehbar. Und wir fahren jetzt, also sie erklären es immer, wir fahren jetzt da hin, weil. Und wir fahren jetzt zu dem, weil. Also es ist immer klar, warum sie irgendwo hinfahren. Und es ist jetzt nicht so erklärbärmäßig, es ist jetzt nicht schlimm, sondern es wird schon über die Handlung erklärt. Aber es ist jetzt nie so, dass man irgendwie mal kurzzeitigerweise nachdenken müsste, warum die da jetzt sind. Ja, das stimmt. Sondern es ist immer klar. Aber sie machen es auch so subtil, nicht, dass du halt schon so unterfordert. Nicht so derikmäßig so, Harry, wir fahren jetzt zu Bloch. Genau. Und dann hier Kamera aufs Klingelschild, Bloch. Ja, genau. Und dann, Harry, wir klingeln jetzt bei Bloch. Und dann, hallo Frau Bloch. Wie heißen Sie nochmal? Ah, Bloch. Nee, nee. Stimmt. Also es ist schon, es ist schon, es ist nicht so, dass es schmerzt. Also es ist eine einfache, nachvollziehbare Handlung, die einen losen Rahmen schafft für Hideming Krawall. Ah ja, und am Anfang, wo doch die Bruja aus dem Gefängnis geholt wird, da hatte ich kurz mal so ein Hannibal Lecter Déjà-vu. Naja, die ist schon grob drauf. Die ist echt grob drauf. Also vor allem halt, das war mir dann aber klar, dass, wo sie die verletzte Person mitgenommen haben, dass sie das ist. Weil das war ja eins zu eins. Ich sage, ist jetzt nicht, ähm, ist jetzt nicht immer alles so überraschend. Schreiben der Lämmer. Nein, das ist es nicht. Also das war auch klar. Aber das war schon wow. Vor allem, dass die eine dann so einfach in die Waschmaschine geschmissen worden ist und dann hat sie gleich mal den Spülgang betätigt. Das war schon. Ja, also alles, alles immer schön, immer schön eins nach dem anderen, immer schön geradlinig. Also da hat man jetzt keine Schwierigkeiten, dem zu fahren. Also da hatte ich auch echt so kurz, da musste ich mich dann mit der Gewalt so ein bisschen so wieder, ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Da habe ich mich so damit arrangieren müssen. Ja, weißt du denn nicht mehr, da gab es doch damals im Bad Boys 2 so diesen, diesen, diesen. Stimmt, der ist ja ab 18 auch, oder? Ja, diese Szene, wo sie die Leichen aus diesem Transporter herausschmeißen und die Verfolger dann über die Leichen drüber fahren. Ja, ich weiß, dass das ein Aufreger war. Also die, die, ja genau, also die werden ja, also ich weiß nicht, der Martin Lawrence fährt da diesen Leichentransportwagen und es fliegen halt, weil die Tür hinten offen ist, die Leichen raus. Und es war so an der Grenze, ja, dieser Nihilismus, den sie da zelebrieren, es war schon an der Grenze. Und sagen wir mal so, jetzt überschreiten sie die Grenze nicht. Also manchmal erschrickt man sich schon so, wie drastisch halt einfach mal irgendjemand vom Dach fällt und im Auto landet. Also dieser, wie soll ich jetzt immer sagen, diese Zurschaustellung von Leichen. Ähm, das ist immer so ein ganz schmaler Grad, wo ich bei mir auch so eine Grenze gibt zur Geschmacklosigkeit. Und ich kann dir gar nicht so genau sagen, woran ich das festmache. Das ist immer so, also bei Bad Boys for Life fand ich das okay. Das ist dann immer so, uh, also so ein kurzer Moment, aber dann reiten sie da jetzt auch nicht drauf rum. Und ich glaube, das war halt auch vielen too much damals, also da reinweise die Leichen rausgeworfen und dann mit den Autos halt immer wieder drüber und so. Ja, das ist halt auch nicht schön. Das sind halt Leichen, ja. Nee, also ich fand das okay. Ja, gibt es sonst noch irgendwas Wichtiges, was du mitteilen möchtest über Bad Boys for Life? Nein, ich glaube nicht. Wenn wir durch und du hattest Angst, wir kriegen nicht mal eine halbe Stunde voll. Schau mal. Naja. Naja. Man kann sich halt schön über 90er Jahre Action-Kinder unterhalten und immer wieder ein Metathema, ne? Ja, stimmt. Wir haben ja gestern noch gesagt, so schaffen wir das oder müssen wir wieder ein Metathema mit einbauen? Ja, das machen wir uns aber auch unbewusst. Ja. Also wir hätten uns jetzt auch mit einer halben Stunde zufrieden gegeben. Ja. Wir haben ja jetzt keinen Zwang, eine Stunde voll zu machen. Aber natürlich ist es schön, wenn wir es schaffen. Aber dann können wir ja zu unserem Ausblick kommen. Was werden wir als nächstes gucken? Wir haben es das letzte Mal schon angekündigt. Ja, und zwar in der Hoffnung, dass die Spielzeiten passend zu unseren Lebens- und Arbeitszeiten sind. Und zwar Little Women würde ich nämlich gerne anschauen. Ja. Oder schauen wir gerne an, ja. Little Women steht ganz oben auf unserer Liste. Dicht gefolgt von Jojo Rabbit oder Jojo Rabbit von Taika Waititi. Die jetzt beide angelaufen sind und beides sind so Kandidaten, die wahrscheinlich… Jojo läuft schon. Little Women nächste Woche. Ja, ja. Ja. Was ist das denn? Sie werden beide laufen, wenn wir ins Kino gehen, das nächste Mal. Und beides sind so Kandidaten, die wahrscheinlich jetzt nicht immer laufend und ständig zur Primetime zu sehen sein werden. Zu unserer Primetime. Und da müssen wir mal gucken, vielleicht diktiert uns da ja auch das Kino, was wir wann gucken können. Das haben wir so, das befürchten wir. Wobei, also Little Women ganz klar, also auch von den Bewertungen weit, weit, weit oben ist. Also ich meine, der hat allein einen Metascore von 91. Ja, ja, das ist zweifelssohn ein guter Film. Ja. Denke ich auch. Ja. Das ist eigentlich dann auch eine Premiere, oder? Waren wir schon mal in einem Kostümfilm zusammen im Kino? Kostümfilm zusammen? Ja, also Little Women ist jetzt kein klassischer Kostümfilm. Oh, bitte. Ja, aber da geht es jetzt nicht um Queen und Könige und viktorianisches England. Ja, aber das ist bei dir, also wenn man es mal so runterrechnet, ist ja jeder Film ein Kostümfilm. Nein. Wieso? Sie tragen alle Kostüme. Ja, bla. Toll. Das ist Bad Boys for Life auch ein Kostümfilm. Ja, natürlich ist er auch ein Kostümfilm. Ja. Achso, so. Nee, ich habe ja nichts gegen, es ist halt so, dass sie mich die jetzt nicht anziehen. Also das ist halt etwas, wo ich jetzt sage, wenn du nicht wärst, würde ich mir den nicht im Kino angucken. Soll ich ganz ehrlich. Ja, ist ja okay. Aber ich bin mir sicher, dass der gut ist. Ja. Ja. Absolut. Apropos gut, wir haben eine Serienempfehlung für euch. Ja. Und das ist die gleiche Serienempfehlung wie beim letzten Mal. Ja, weil das haben wir jetzt echt durchgebinged. Ja, weil wir haben ja, du hast ja ohne mich die erste Staffel Sex Education geguckt. Ja. Dann hast du von der zweiten, wurde die zweite Staffel angekündigt. Dann hast du zu mir gesagt, du musst dir die erste noch angucken. Ja. Das haben wir dann getan. Ich war hellhaft begeistert. Meiner Begeisterung habe ich in der letzten Ausgabe schon Ausdruck verliehen. Und dann haben wir quasi beginnend letzten Freitag. Sonntag. Am Freitag kam sie. Aber wir haben am Sonntag erst angefangen. Sonntag angefangen. Ja. Haben wir quasi mit der zweiten Staffel angefangen. Und was soll ich sagen, sie ist genauso großartig wie die erste. Sie ist so genial. Also sie hat gerade die letzten zwei Folgen, also wie immer. Und es wird natürlich auch weitere Staffeln geben. Aber sie zeigt nochmal mehr das Seelenleben der Figuren. Und sie wachsen einem so unglaublich ans Herz. Und es ist so toll geschrieben. Und ich glaube, schon lange nicht mehr solche Oh und Ah und Oh. Also wirklich so tolle Momente einfach, wo dir die Figuren halt, ja, sag ich schon wieder, so ans Herz wachsen. Also ich kann mich da nur im Kreis drehen bei meiner Bewertung. Also Wahnsinn. Ich habe irgendwo mal einen Tweet gelesen, so nach dem Motto, wo war es sexuell? Education, als ich quasi in der Schule war. Ja, das stimmt. Und dann habe ich mir so gedacht, ob das jetzt, ob ich sowas meiner Tochter, also meiner größeren Tochter zeigen würde. Also ob ich das, ob das was, wie soll ich jetzt sagen, ob ihr das hilft oder ob das einem Jugendlichen quasi helfen könnte, quasi ein besseres Bild von Sexualität zu bekommen. Ja. Und ich glaube, ich muss das bejahen. Also ich glaube, dass, also wir haben, ich habe letztes Mal schon gesagt, diese herrlich ungezwungene Art quasi mit allen Spielarten der Sexualität umzugehen. Das weiß ich nicht, wo vielleicht so die ältere Generation immer so beschämt irgendwie wegguckt oder so oder sowas nicht mehr offen anspricht, dass die Zeiten sind ja vorbei, hoffe ich zumindest oder sollten zumindest vorbei sein. Und ich finde, Sex Education liefert einen guten Beitrag, da einfach so ein bisschen lockerer mit diesem Thema umzugehen und auch so die Botschaft, die es ja vermittelt, so nach dem Motto, es ist normal, also du bist normal. Egal, egal was du möchtest. Egal, egal ob du Männlein oder Weiblein oder von vorne oder von hinten oder oben und unten, es ist egal, du bist normal. Egal, wirklich egal, ja, genau. Und ob du dauernd oder nie oder, also ja, es ist, es ist, die Grundbotschaft ist, du bist okay so. Ja, genau. Und das finde ich halt auch, und weißt du, und sie lassen jetzt tatsächlich jetzt, mein gut, sind schon immer gut aussehende Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin, aber sie lassen wirklich. Also in dem Falle finde ich das jetzt eigentlich nicht. Also ich finde die, das Cast ist auch deswegen sympathisch, weil es so normal, aber es ist nicht zu offensichtlich normal. Ja. Also, und es ist auch nicht so dieses Hollywood-Sternchen, wo sie da ausgegraben haben. Also ich finde die. Du hast halt alles dabei, ne? Es ist genau, wirklich alles dabei. Aber es ist jetzt nicht, also ich weiß nicht, was ich bei Amazon Prime-Serien immer so, das ist gerade das Transparent. Und da waren mir die Darsteller, das war mir zu. Zu normal. Das war mir zu normal. Also wo ich mir gedacht habe, da kann ich jetzt den Penny rüberlaufen, da sehe ich genau dieselben Leute. Und das will ich eigentlich in dem Fernsehen nicht sehen. Und da haben sie echt den Spagat gemacht zwischen, naja, das ist jetzt Rewe. So, Penny, Rewe, keine Ahnung. Also wenn man es, und nicht Hochglanz, Feinkostladen, um es mal bei der Gleichung zu bleiben. Und sie haben jetzt, sie bedienen zwar so ein großes Spektrum, auf der einen Seite halt an Sexualität, auf der anderen Seite auch an körperlichen Eigenschaften. Also man hat ein bisschen dickere, diese eine Nerd-Tussse, die da dieses Musical inszeniert und so. Man hat halt wirklich sehr, ja, einen sehr durchmischten Cast, die jetzt mit ein paar wenigen Ausnahmen, die aber auch so solche Figuren haben, jetzt nicht so überkandidelt, hübsch und gestylt, so a la Clueless durch die Gegend laufen. Ja, genau. Also ich finde es angenehm und, also wie gesagt, die Grundbotschaft finde ich halt richtig wichtig. Und ich glaube, dass das halt für die Jugend, also ich sage jetzt mal so pubertierende Teenager, sei es jetzt Männlein oder Weiblein, einfach eine gute Ergänzung ist, um einfach mal ihre, wie soll ich sagen, um ihnen vielleicht so ein bisschen zu helfen. Weil der Körper verändert sich ja, man verändert sich selber, weil man kann sich oft selber nicht mehr leiden und da einfach mal so ein bisschen unter die Arme zu greifen und sagen, du pass auf, ist das in Ordnung so. Ja, da habe ich eigentlich jetzt auch noch eine Serienempfehlung, wo es mir gerade so einfällt, weil die habe ich jetzt wieder alleine angeschaut in unserem Urlaub. Und zwar, leider wird Netflix die Serie nicht weiterführen. Ja, wie heißt die? Anne with an E. Und ich habe ja, ich glaube, schon mal in einem Serien-Eintopf habe ich schon mal darüber gesprochen und da gibt es halt drei Staffeln und das ist jetzt eigentlich so für, also ich mochte halt deswegen die Serie, ich habe früher halt die Ursprungsserie und auch die Bücher habe ich damals gelesen als junges Mädchen. Und ja, das ist halt Anne, Anne of Green Gables, falls es irgendjemandem was sagt. Und ja, also das finde ich halt gerade, also für junge Mädchen, also bevor das ganze Sexding losgeht, ist das eigentlich auch eine gute Serie, weil sie auch, weil diese Anne ist halt schon sehr anstrengend und fantasievoll und sensibel und also wirklich alles, was man eigentlich denkt so, oh mein Gott, wie kann das in einem Menschen eigentlich so funktionieren? Aber es ist halt, dem Mädchen wird halt trotzdem, sie wird trotzdem geliebt und geschätzt und sie durch diese ganzen, sie ist halt auch eine Weise und ja und durch diese ganze Entwicklung, wo sie halt geht, finde ich das halt auch nochmal so ein positives Beispiel dafür, dass man halt egal, wie man auch sein kann, wie anstrengend man vielleicht auch sein kann und trotzdem da halt geschätzt und geliebt wird. Und gerade für das, was einem halt auch ausmacht, für diese ganze Fantasievolle Art, die sie halt auch hat und das finde ich eigentlich auch eine tolle Botschaft, also falls jemand junge, noch nicht pubertierende Mädchen da draußen hat oder angehend pubertierende, also das ist eigentlich so die perfekte Serie, finde ich, für die. Genau. Vor allem halt, weil sie halt auch so schon in den jungen Jahren so feministische Züge halt bekommt und es ist halt, oder auch zu der Zeit, also sie will schon sehr selbstbestimmt halt auch ihr Leben gestalten und das ist ja damals auch nicht selbstverständlich. Und das ist, ja, man kann gar nicht genug Frauen da draußen unterstützen. So ist es. Ja. Schöne Schlusswort. Ja. Jo, dann lass uns zu einem Ende kommen. Ja. Dann würde ich sagen, geben wir das Wort wieder an euch. Wer uns Rückmeldung geben oder uns unterstützen möchte, der kann am besten seinen Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Diese oder jede andere Folge kommentieren. Uns eine Nachricht schreiben. Und auf iTunes oder panoptikum.io bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Über unser Partnerprogramm bei Amazon einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sach- und Geldspende zukommen lassen. Alle Links und Hinweise dazu findet ihr in den Shownotes dieser und alle anderen Episoden im Podcast Client eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de. Das war's. Das war's. Dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bei Little Women. 51. So, Folge 51. Jetzt haben wir unser Jubiläum gar nicht großartig gefeiert. Wie hätten wir es feiern sollen? Tja, gar nicht. Wir haben es erwähnt, dass es die 50. war. Bin schon ein bisschen stolz auf uns. Ja, finde ich auch. Also, ihr könnt ja, also, kriegen wir eigentlich Nachrichten? Ich kriege das irgendwie nie so mit. Du bist ja hier der Host. Nö, nö. Kriegen wir nicht. Also, ja. Also doch, ich kriege es schon manchmal. Also über anderen Wege. Also, uns würde natürlich freuen, ich weiß nicht, ob jetzt die 50. Folge da der richtige Anlass ist, aber wenn nicht die, welche Folge dann? Wenn ihr uns hört, dann, und vielleicht auch gerne hört, dann schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare, warum ihr uns hört. Genau. Oder auf iTunes oder Panoptico. Und wenn ihr uns nicht hört, schreibt rein, warum nicht. Genau. Wieso hört ihr uns nicht zu? Wo hast du nicht zu? Kommentiert doch einfach mal diese Episode. Schreibt rein, warum ihr uns hört. Vielleicht wünscht ihr euch ja für die Zukunft irgendwas Spezielles. Keine Ahnung. Lasst uns das auch wissen. Was auch immer ihr loswerden wollt, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns über jeden Einzelnen davon und in der Regel antworte ich auch drauf. In der Regel. Gut. Ja, dann macht's gut. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020